In meiner gesellschaftlichen Utopie gibt es Luxus für alle. Revolutionäre Ideen sind nicht, was nur abstrakt an irgendwelchen Universitäten diskutiert wird, sondern das ist einfach die Vorstellung, so ein besseres Leben für uns alle zu schaffen. Sasa ist in der Krankenhausbewegung aktiv. Quang ist unter anderem in der Klimabewegung aktiv bei Fridays for Future. Patricia setzt sich für die Enteignung großer Wohnkonzerne ein, in Berlin. Simien kämpft in der migrantischen Bewegung, weil dieses System sich einfach faktisch nicht halten kann. Also organisiert euch und kämpft. Viele können sich viel mehr vorstellen, dass alles den Bach runtergeht, als sich irgendwie einer Alternative zu widmen. Niederspann, überall, man auf Wachsinn reich zu entfallen. Ich glaube aber schon, dass das Schwachpunkt ist unserer aktuellen Linken, dass wir uns keine gemeinsame Überstruktur geben. Lasst uns in unseren Kämpfen niemals vergessen, dass der Kampf um Klimagerechtigkeit auch ein Kampf gegen Rassismus und Kolonialismus ist. Man denkt sich immer so, boah, jetzt zur Demo. Aber sobald man ja da ist, dann hat man ja auch seine GenossInnen, seine Friends. Sie glauben, wir checken die Lage über all der ganzen Arbeit, die wir verrichten, nicht mehr. Genug ist genug! Es ist nicht krass, dass du erst einen Anschlag erleben musstest, bis irgendjemand zuhört. Als Teil der Milliarden von Ausgebeuteten reicht es mir. Es kann eine Welt geben, in der nicht die Konzerne und der Kapitalismus bestimmen, wie wir leben, sondern wir selber. vor Ort von Ausguss Vielen Dank.